Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein kleines Spaßvehikel gebaut mit den Tier 10 Waffen, die ich mir gekauft habe. Und dieses Spaßvehikel ist erstmal so eine Art, es ist eine Drohne, wenn auch eine sehr grobe, wie ihr sehen könnt. Ziemlich bescheuert aussehend, aber es funktioniert. Das Ziel ist es, damit Kills machen zu können. Also es ist nicht nur für Spaß, es ist witziger Sinn, klar, aber es soll auch funktionieren. Jetzt lege ich mich eigentlich auf die Lauer hier, wenn ich jemanden sehe, versuche ich ihn wegzusnipen. Das ist eigentlich die ganze Idee dahinter. Und es wird ja demnächst die Challenge geben, 100 Kills zu machen mit diesen SMGs. Das wird glaube ich jetzt in der nächsten Woche starten. Wir schreiben jetzt den 26. Die sind in der Base, das ist natürlich nicht cool. Ah, da ist einer. Gucken wir, ob das klappt. Na, komm. Ah, ich wurde natürlich gesehen. Das ist natürlich hässlich. Also, Ziel dieses Viehs ist natürlich auch, der Sichtung zu entgehen, so lange wie möglich. Aber, naja. Wenn man der einzige Gegner ist, wie soll man da auch sich verstecken können. Oh, nicht gut. Ey, 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 ey. Also ich habe ein Boss-Betal gemacht, ähm, nur aus Spaß. Das könnte man ja natürlich als Entschuldigung hernehmen, halten. Aber so ist es. Aber ziemlich gut, wie ich in der Luft hängen bleibe. Auch wenn sie mir das meiste wegschießen, ich bleibe eine lange Zeit lang tödlich und man muss schon sehr genau ziehen, mich zu vernichten. Ich habe aus absichtlichen Grund natürlich hier diese Heliums gemacht, rund um meinen Sitz, sodass ich immer oben bleibe und hier hinten die Steuerungsdüsen, sodass ich mich notfalls noch ein bisschen drehen kann. Auch habe ich die Vorwärtsdüsen relativ nahe an meinem Sitz dran, weil die könnte ich vielleicht sogar noch verbessern. Ich könnte sie vielleicht sogar hier oben dran klatschen, aber das Ding soll kein sauerhaftes Gefährt werden. Nun, Free Jam hat jetzt auch heute, an diesem Tag, den Release der nächsten Megawaffen angekündigt. Beziehungsweise sind es ja keine Waffen, es sind, äh, Wheels, also Räder, Movement Items. Das werden wahrscheinlich einfach nur Riesenräder sein und, äh, auch wie diese hier, deutlich größer, deutlich mehr aushalten, aber viel mehr CPU-Kosten. Und zwar exponentiell mehr CPUs, als wir nutzen. Das soll halt für die Garage, mehr Garage sein, wo man auch deutlich mehr CPUs hat und ich glaube, da soll man dann auch, äh, diese Sachen auch eigentlich einsetzen. Das hier ist eigentlich nur Testsphase. Also machen wir mal ein richtiges Game damit. Also dieses Gefährt wird jetzt mal in, wohl die 100 Kills Gefährt. Ich hoffe, dass es einfacher wird, sobald das erstmal Sache ist, weil momentan ist man, hat man das Nachsehen mit diesen Waffen. Die können einfach nicht so gut. Aber wenn erstmal jeder die 100 Kills braucht, hoffe ich, dass ganz viele damit dann halt unterwegs sein werden. Entsprechend werden sie deutlich weniger Waffen haben auch, nicht so stark zuhauen können und, ähm, ja, nicht so aussehen halt. Sondern so ein Panzer mit vielleicht einer Kanone drauf oder sowas Absichtliches, nur für diese Waffen bauen, das kann auch sein. Jedenfalls wird man dann bessere Karten haben und ich hoffe, viele machen mit, sodass es nicht so hart ist. So, jetzt kann ich, äh, aufsteigen. Ist ein bisschen wackelig. Oh, ich möchte nicht sofort gespottet werden. Das wäre jetzt total kacke. Das will ich nicht. So, hier erstmal aufsteigen. Ich kann dieses Vehikel schon ziemlich gut steuern, muss ich sagen. Also besser als man vielleicht denkt für so ein Ding, das man mal eben aufgebaut hat. Aber Balance war auch nicht einfach. Ich habe schon ein paar Heliums umgestellt, hier und da. Heuer hatte ich die Waffe auf dem, äh, oben drauf gehabt, das ist aber dumm. Wenn man nämlich über Gegner rüberfliegt, dann sollte man die Waffen unten drunter haben. Das macht einfach viel mehr Sinn. Also momentan drücke ich die ganze Zeit, ähm, die Lähtasse gehalten, damit ich noch ein bisschen mehr an Höhe gewinne. Versuche hier Leute zu treffen. Ich weiß nicht, ob es eigentlich eine Reichweite... ...Grenze gibt. Ich fliege mir ordentlich in die Richtung der Drohne hier. Um mir die zu schnappen. Ist ein gutes Opfer. Sollte ordentlich auch auf gar keinen Fall in Gefahr begeben, sondern immer aufpassen, wo ich bleibe. Ah, ist kaputt. Wahrscheinlich kaputt. So, also das Schöne ist, von hier oben haben die natürlich keine Deckung. Oder weniger Deckung. Irgendwo nur 6900 Schaden. Haben, haben sie das Ding nur irgendwie geschwächt? Hat das mal nicht irgendwie knapp über 7000 gemacht? Okay, jetzt wird's ernst. Wenn der mich sieht, der holt mich so schnell runter. Oh nein, ich bin gespottet. Jetzt muss ich runtergehen. Das ist schlecht. Ah. Kein Wunder. Ganz schlecht. Na, glaubt schon. Wenn diese Waffe nur ein bisschen stärker wäre. Das Ding sieht ziemlich cool aus. Zugegeben, aber es ist sinnlos. Man lernt es, die Leute. Thruster auf. Ketten. Es sei denn, in meinem Patch hat sich das geändert. Bringen nichts. Punkt aus. So. Gucken, ob ich vielleicht nochmal einen Siegssucker haben kann. Aber das ist dann nicht wegen mir. Also ihr seht schon, ich hab schon gut 5 Millionen für diese Waffen auszugeben. Beziehungsweise für Items und Helium, die ich auch brauchte, um diesen Panzer jetzt zu bauen. Ich sag immer Panzer. Dieser Roboter. Ist eigentlich der richtige Begriff. Oder in dem Fall Drohne genau genommen. Ich hab euch ja schon vorher versprochen, eine Drohne zu bauen. Allerdings eine Plasma-Drohne. Nur da ist jetzt das Update natürlich dazwischen gekommen. Ich brauch all mein Geld. Um jetzt bei diesen Challenges und Tests mitmachen zu können. Die Reifen, die jetzt released werden, demnächst. Wahrscheinlich sogar morgen. Dann wird das Video schon längst noch nicht draußen sein, denke ich. Wahrscheinlich wird es morgen released werden. Diese Reifen. Die werden auch wieder 1000 Tech-Points und Mehrkosten. Und Geld weiß ich gar nicht, aber bestimmt nicht wenig. Und dementsprechend... Ups. Dementsprechend brauch ich das Geld nun mal. Tech-Point ist eigentlich kein Problem. Jeder, der bis hier 10 schon ein bisschen länger gespielt hat und alles reingeschaltet hat, hat wirklich genug von diesen Dingern. Oh, da kommt was. Oh, zwei. Das ist nicht cool. Geh gleich aufs Maul. Bam. Autschi, Autschi. Oh, der hat vielleicht meine Steuereinheit schon genommen. Am Plasma lackt man einfach so die Hälfte, das geht das immer weg, zufällig. Muss ich auch direkt in den großen Luftkampf hier reinfliegen. Gibt's doch nicht. Was sind fett Klops. Ich frage mich, ob die Ruder wirklich so gut sind da hinten dran, aber... Ja, auch, sie bringt Stabilität. Das habe ich schon mal getestet eigentlich. Und der hier hat extrem schnell... ... ... ...Krieglage, obwohl er so viele Haberblanks hat, das ist auch doof irgendwie. Und gut, nächstes Game. Also ich muss mich mehr zurückhalten und nur aus der Entfernung versuchen zu schießen. Ach, es geht hier darum, nicht zu gewinnen. Es geht hier darum, zu gucken, mit was für einem Roboter man Kills holen kann. Mit dieser Waffe. Und ich glaube nicht, dass es ein Frontpanzer ist. Ich glaube, es ist eher sowas wie das hier. Man könnte sich überlegen, auch... ...einen Interzepter zu bauen. Also einen mit Flügeln. Der dann quasi nur hochfliegt, oben in die Ecke reinfliegt und von da aus versucht zu schießen. Aber ich wollte ja eh mit Drohnen... ...experimentieren. Wie schön, wie arme sind das. Ich wünschte, man könnte sie irgendwie individuell bewegen. Das ist natürlich nicht, wie man das steuern könnte, aber... ...das wäre ziemlich cool. Denken sich jetzt bestimmt, what the fuck. Jetzt haben wir hier so einen Loser im Team. Das wird nichts. Aber guck mal, da haben auch ein paar große hier. Oh, hier sind sogar einige mit großen Waffen. Ich gucke mir die mal an. Das ist ein Hover gebaut. Mit, äh... ...drei Lasern. Ich hatte ja jetzt auch in dem letzten Video, wo ich es vorgestellt habe, die Waffe. Ein Hover gebaut, aber mit vier. Der hat wenigstens noch ein paar Schilder dafür. Das hier ist eine Spinne mit drei Stück. Sehr empfindlich und scheiße. Und aus irgendeinem Grund hat er rote Klötze genommen. Der hier gefällt mir. Der scheint Hand und Fuß zu haben. Der hat damit ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Oh, und ich sollte mal kämpfen. Also da kommen mehrere aus dem Tunnel raus. Aber man sieht sie. Und man trifft einfach nichts momentan. Ah, da, eigentlich. Piu, 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 piu. Oh, was ist aus der Luft. Nein. Nicht auf mich schießen. Ich bin so schwach und wehrlos. Nein. Nein. Ah, Kacke. Schade. Also auf jeden Fall zu empfindlich. Aber diese Waffen, die sind auch einfach nicht so weit. Ich kann nicht verstehen, wie man sich, äh, diese Wege-SMGs leisten kann. Aber keine rote Steine hat noch. Ah, guck. Der hat ja sogar vier, doch. Der hat wahrscheinlich mal mehr Flops wie ich gehabt. Wenn ich von der Flops mehr hätte ich mir auch zwei Laser-Schilde vergessen. Von meinem vorigen Panzer. Da sieht mir zwar schon ziemlich scheiße aus, der Typ. Aber ich schätze, dass er vorher auch schon scheiße aus. Ein Bot on. Ja. Haha. Gut. Äh, eins noch. Ein Versuch. So. Ich erwarte jetzt nicht, einen heroischen Sieg zu haben. Entgegen meiner Hoffnung werde ich schnell gespottet. Ich habe ja gehofft, wenn ich ganz oben in der Luft schwebe und nur so ein schmarnes Ding bin, mit Waffen dranne, kriege ich nicht die Aufmerksamkeit. Ziehe ich sie nicht auf mich. Und könnte dann wenigstens ein paar Leute weg snipen immer. Aber ich habe bis jetzt, äh, bin weit davon entfernt, einen Kill zu haben. Ich muss wahrscheinlich mal ganz richtig hinterlistig spielen. So. Ja, also, hier über dem Berg schweben ist, glaube ich, besser, als wenn ich jetzt hier die linke Seite wähle. Hui. Hui. Also, eigentlich steuert sich das Ding ganz gut. Nur relativ langsam und träge. Aber es lässt sich gut kontrollieren. Wo es jetzt lang geht. Und schon gespottet. Fuck you. Das ging sofort. Da sind doch tatsächlich alle hier. Ah, guck dir das mal an. Da kann ich hier mal ein bisschen helfen. Ah, was soll das? Runter. Vergessen, dass ich ansteige, wenn ich nichts mache. Und zwar ganz schön. Oh, die haben natürlich meine Lenkdüsen gekillt. Nein. Verdammt. Das ist natürlich unangenehm. Kann ich mich nur in eine Richtung drehen? Komm her. Na, ist das ein möglicher Kill? Es ist ein möglicher Kill. Wenn ich mich jetzt nur noch frei drehen könnte. Das ist meine Schuld, dass ich mich treffen lassen habe. Na, komm. Na, komm. Oh, verdammt. So, hier gehe ich mal runter. Ich glaube nicht, dass ich hier geheilt werden kann. Wir scheinen einfach zurzeit zu verlieren. Boom. Guckt eigentlich das eine an. Das hat doch funktioniert. Und die Heilung ist auch gekommen. Recht schnell sogar. Doch, für was gut. Ja, die sehen es gar nicht kommen. Oh nein. Jetzt sieht es kommen. Sie sehen es kommen. Sie sehen es kommen. Und so schnell kann es gehen. Das ist auch ein Design. Kann sein, dass auch zwei Kanonen reichen. Maybe. Wenn man mit zwei Kanonen auskommt, kann man sich dadurch auch ein paar Schilde leisten. Die bei den Flops sind total ausgelastet. Aber diese Runde habe ich ein paar Leute mitgenommen. Und ich glaube, ich bin bereit, damit die 100 Kills in einer Woche zu schaffen. Wenn ich mich anstrenge. Und auf krank mache. Nein. Na gut. Von mir schon mal goodbye. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, es für euch zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. GG.